Hallo, ich bin Lorenz Rollhäuser. Ich bin in der Anwohnerinitiative Görlitzer Parks seit Ende 2013. Ich habe als Mitglied der AG Görlitzer Park das Handlungskonzept mitgeschrieben. Ich war jetzt auch Mitglied des Gründungsrats und würde gern für weitere zwei Jahre mich für den Park einsetzen. Ich denke, die Grundgedanken sind im Handlungskonzept niedergelegt, die finde ich auch weiter wichtig. Niemand wird aus dem Park vertrieben, aber der Park soll auch für alle Leute zugänglich sein und angenehm sein, die ihn jetzt vielleicht im Moment etwas schwierig finden.